Stellt euch mal eine Welt vor, in der ihr wirklich frei seid. In der alle Generationen in Würde leben können. Und in der ihr gefragt werdet. Die Politik hat sich lange genug gegen uns gerichtet. Deutschland hängt in der Digitalisierung total hinterher. Unser Gesundheitssystem ist überlastet. Gegen den Klimawandel hat keine der etablierten Parteien ausreichend gute Konzepte. Und immer mehr Menschen glauben nicht mehr an die Demokratie. Was wir jetzt brauchen? Piraten. Denn wir können Digitalisierung. Gemeinsam mit euch wollen wir den digitalen Wandel erleben. Wir möchten eine gerechte Gesundheitsversorgung ohne Klassengesellschaft. Und bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte, für mehr Menschenwürde auf beiden Seiten. Von allen Parteien haben wir das beste Klimaschutzkonzept. Mit uns wird Deutschland bis 2035 klimaneutral. Um unseren Kindern eine sichere Zukunft zu schenken. Wir fragen euch. Durch bundesweite Volksentscheidung und mehr Möglichkeiten zur Mitbestimmung. Piraten wählen heißt Freiheit, Würde und Teilhabe. Wir sind bereit für euch in den Bundestag zu ziehen. Am 26. September habt ihr es in der Hand. Wähle Piraten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 3, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 16, 14, 16, 20, 21, 21, 21, 21.